Mario 2, ab dem 17. Juli erhältlich? Oh mein Gott! Let's go! Warte, ich mach den Zack. Let's go! Bitte sei besser als das letzte. Ah, wie schön dich zu sehen. Oh oh. Die ist böse. Herrlich, wie sieht richtig schön aus. Ist das zufällig? Okay, let's see. Ein Origami-Mysterium entfaltet sich. Yo, das Spiel sieht so schön aus. WTF? Alter, das ist ja richtig schön. Yo. Das ist ja richtig nice. Hört man die Musik? Alter, das ist ja richtig schön. Und die Musik auch. Falls man sie überhaupt hören kann. Alter, das ist ja richtig nice. Allein weil die Mucke so episch ist. Und das Spiel scheint groß zu sein. Okay, ich werde zum Schluss stehen auch groß zu sein in den Trailer. Warte mal, war dieser Ninja Speedrun etwa eine... Was ist das? Und ein Paper Bowser. Paper Mario The Origami King. 17.07.2020. Hype gerade gegen jemanden. Der kämpft gegen Samus? Untertitelung des ZDF, 2020